So, jetzt sind wir in der Kalbsbraterei. Es ist momentan gerade ruhig, aber das ist ja eher die Ausnahme um die Zeit. Ja, es ist Reservierungswechsel bei uns. Die einen sind gegangen, die Abendgäste kommen gerade. Und jetzt wird wieder Musik gemacht gleich? Ja, wir fangen jetzt dann mit dem Einmarsch an und begrüßen unsere Gäste. Und anschließend spielen wir ein bisschen gemütlich zum Abendessen. Gegen halb neun schauen wir langsam, aber sicher mit der Party an. Was gibt es denn bei euch zu essen im Zelt? Fangen wir einfach nochmal von vorne an. Was sind die Basics hier? Die Basic ist das Kalb vom Spieß. Alles, was das Kalb zu bieten hat, von Wiener Schnitzel über den Kalbsrücken, über das Kalbsfilet, über den Kalbsrahm-Gulasch, gibt es bei uns. Also es gibt da wie Teller Monaco, alles, was das Kalb zu bieten hat. Wie viele Kälber seid ihr schon los? Momentan, glaube ich, sind wir bei 28 oder 29 Kälbern. Die selbe Hausnummer wie letztes Jahr. Wie funktioniert das mit dem Kalb bei euch? Das kommt in der Früh frisch an? Ja, wir kriegen in der Früh jeden Morgen ein frisches Kalb, das sich dann langsam am Spieß den Tag um sich herum dreht und wird dann zum Abendessen und zum Mittagessen, so wie wir es brauchen, ausgelöst. Und ist dann am Abend weg. Der Rest wird wieder verarbeitet, die Knochen zur Soße und dann bleibt nichts übrig. Das ist schon Oktober. Also wer müsste es jetzt nicht schön sehen, wenn wir sagen, der Kirch, der Kirchenwald ist so ein Launzinger und Def, Dick und Berg. Probier mal gleich noch. Das war's für euch!